Wie die Zeit vergeht. Gestern noch der Fels in der Abwehr einer der besten Mannschaften, die Borussia Dortmund je hatte und heute feiert Julio César schon seinen 60. Geburtstag. Zwischen 1994 und 1998 gewann der BVB zwei Meisterschaften, die Champions League und den Weltpokal. Julio César absolvierte in dieser Zeit 116 Pflichtspiele und erzielte dabei sogar zehn Tore. BVB TV und einige seiner ehemaligen Weggefährten gratulieren dem Brasilianer zu seinem Ehrentag mit einer Top 5 seiner schönsten Tore in Schwarz-Gelb. Hallo Julio, 60 Jahre. Willkommen im Club. Ich bin ja schon ein bisschen länger dabei und ich sage dir nur eins, es ändert sich nichts. Ich freue mich schon auf die nächsten Reisen mit dir, weil du bist ein ganz besonderer Mensch und wenn der Don sagt, um sechs Uhr ist Treffen, ist um sechs Uhr Treffen. Da hören deine Brassis schon alle auf dich. Du bist ein wunderbarer Mensch, ein toller Typ. Wirklich, es macht immer Spaß mit dir zusammen zu sein. Alles Liebe, alles Gute zu deinem Geburtstag. Bleib gesund und hoffentlich bis bald. Viele Grüße der Nobby. Liebe Junior, herzlichen Mitwunsch zum 60. Wahnsinn. Das Schöne ist, dass wir uns immer noch sehen bei diversen Veranstaltungen, sei es ein Legendenspiel oder auch mal in Dortmund. Es ist immer wieder eine Freude, mit dir zusammenzuarbeiten. Ich kann mich daran erinnern, als wir zusammengespielt haben, du hast es mir sehr leicht gemacht, indem du gesagt hast, nimm den Ball, geh nach vorne, ich bleib hinten und alles ist bestens. Also dafür vielen, vielen Dank für die vielen schönen Jahre und die schönen Momente. Alles Gute zum 60. Lieber Giulio, wie du siehst, bin ich in unserem Wohnzimmer. Ich weiß, du wirst jetzt 60 Jahre und ich wünsche dir auf dem Wege alles, alles Gute. Gesundheit ist das Wichtigste, das weißt du auch. Wir hatten viele Verletzungen, wir hatten traumhafte Zeiten miteinander, die ich nie missen würde. Du wirst einer der überragendsten Spieler, wo ich je zusammenspielen durfte. Und ich wünsche dir auf dem Weg alles, alles Gute zu deinem Geburtstag. Mach's gut. Mach's gut. Ich hoffe, du kannst mich noch erkennen. Ich bin auch etwas älter geworden, dein alter Mannschaftskollege Steffen hier. Ich wünsche dir alles, alles Gute und ich wurde nach Anekdoten gefragt. Ja, wir waren in Brasilien mit der Mannschaft. Du warst nicht da, weil mal wieder einer in der Familie krank war. Aber du hast dann doch abends, Gott wollte ich im Fernsehen sehen, Beach-Fußball gespielt mit deinen besten Freunden. Da kann man schon mal das Training bei Borussia Dortmund wegfallen lassen. Dann eine kleine Anekdote aus sportlicher Sicht. Jürgen Kohler sollte mir nicht böse sein. Du bist der Einzige, gegen den ich nie einen Zweikampf gewonnen habe. Und was noch viel schlimmer war, ich hatte dann immer Schmerzen. Ich bin da gegen so einen brasilianischen Felsen gelaufen. Also, genieße deinen Ehrentag. Es war mir eine Ehre, mit dir zusammen zu spielen. Was für ein großartiger Libo Innenverteidiger du warst. Nicht zuletzt waren wir, glaube ich, in den 90ern die beste Mannschaft in Europa mit einem super Giulio Cesar. Liebe Grüße aus Berlin, dein Steffen. ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020